Auf die Jägerpreis, ein 3-4-Klips in Jonas. Hallo, 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 danke, bitte. Hallo, 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 Das war's für heute. 5. 10. 10. 11. 13. 13. 16. Oh no, let's go. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ja, meine lieben Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier im Friesenkenhof, liebe Näheimer, liebe Jäger, liebe Zugereiste. Ich weiß es nicht, wer noch von fern gekommen ist. Wir haben super Wetter heute, Gott sei Dank. Die Schlechtwetterperiode hat, glaube ich, in der Nacht ihr Ende gefunden und bekanntermaßen ist das zum Jägerfest immer wunderbares Wetter. Wenn wir letztes Jahr denken am Volksfest, das war schon bitter. Das Schützenfest war leider wirklich sehr von Feuchtigkeit von oben geprägt. Wir hoffen also, dass wir in diesem Jahr mehr Glück haben und wir starten ja das Jägerfest traditionell hier am Friesenkenhof eine Woche vorher. Sie sehen schon hier, hätte beinahe gesagt, den Galgen. Nein, das ist also das Schaffort, an dem die Vollstrecker gleich arbeiten. Das haben wir aufgebaut. Für die, die es zum ersten Mal sehen, wird es gleich eine spannende Erfahrung sein. Aber jetzt nochmal offiziell zur Begrüßung herzlich willkommen. Besonders möchte ich unser amtierendes Königspaar Peter Klein und Christina Gerke begrüßen, die ja quasi den Endspurt ihrer Regentschaft heute einleiten. Noch eine gute Woche und dann kommt die Zeit der tiefen Depression. Das haben einige Jägerkönige schon hinter sich gebracht, Königspaare, aber das werdet ihr auch überstellen und sonst bin ich auch noch da. Dann unser Jugendkönigspaar Marius Glocke und Lisa Eppelmann. Herzlich Willkommen. Deren Regentschaft geht jetzt heute schon zu Ende. Marius ist ja auch der amtierende erste Stadtkönig der Stadt Arnsberg. Arnsberg, Jugendkönig, Jugendkönig der Stadt Arnsberg, wo muss es genau heißen. Also er hat seine Treffsicherheit im letzten Jahr in Herringen unter Beweis gestellt, in Holsten war es, genau. Der zweite Termin des Stadtkönigs war dann in Herringen. Es musste alles schön verteilt werden. Wie gesagt, heute wird der Nachfolger ermittelt. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ich darf auch unseren Ehrenoberst Hubert Klöhr herzlich begrüßen und unseren Ehrenadjudanten Dr. Hubert Schrage. Unser anderer Ehrenadjudant, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Carlo Hölwig wäre normalerweise auch jetzt, aber der musste heute in Kindergarten. Aber es wurde seine Enkelin, hat er, glaube ich, einen wichtigen Termin und er hat er begleitet. Ich möchte mich an der Stelle bei der ersten Kompanie und ihrem Hauptmann Peter Kessler ganz herzlich bedanken. Die erste Kompanie richtet ja traditionell diese Veranstaltung aus und besonders eben für die präzise Vorbereitung, für die Durchführung und besonders natürlich hier die Vollstrecker, die gleich das Werk oder das Werk hier vollenden, Bernd Holthöfer und Heinz Federhofer. Aber ich hoffe, ihr habt einige willige Täuflinge, die dann von euch dann gleich quasi offiziell in den Jägerverein durch die Taufe aufgenommen werden und dann auch natürlich gut sind. Aus der Reihe mal jemanden noch kaufen, der Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie auf dem festen Udenklasse unterwegs sind, bekannt ist. Und zwar sieht man hier jemanden an der Straße stehen, der macht Fotos, er macht Bilder, er macht Videos und er nennt sich der Stadtreporter. Ich freue mich, dass ich doch immer so sehr für das Schützenwesen und das Schützenwesen auf Zillow-Leubmann kommen, wenn wir ihn gerne am heutigen Tage auch noch kaufen. Ich bitte zu uns in Nadia und Michael Gitzel. Was kommt mal her hier? Warte mal, fühlt sich was da unter mich? Pass auf! Dass man sieht, dass er hier getaucht wurde. Scherz. Richtig. Jetzt, jetzt, jetzt. Der kommt aus Wüsten. Der muss getaschen werden. Mach das mal von hier. Der muss getaschen werden. Jetzt sehen wir gleich einen Fächsler-Zillow-Leubmann. Ich dachte, er wäre ein Asperger hier. Er kommt aus Wüsten, gib Gras. Ein Wüstener-Zillow-Leubmann, aber wir sind ja nur für den Kind. Siehst du? Ja, Daniel. Er ist zwar kein offizieller Jäger, aber wir haben das mal gerne für dich gemacht, weil du so viel im Schützenwesen unterwegs bist. Dann kannst du das auch mal live, am eigenen Live belegen. Wenn du schlecht über uns schreibst, bist du in zwei Jahren wieder frei. Also, gute Berichterstattung, schöne Bilder. Wie immer. Dann werden sie verschoben. Ja, meine Damen und Herren. Komm los, deine Locke. Das war die E-Taufen 2016. Wir haben soweit alle getauft. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Es ist heute was zu essen. Es gibt genug zu trinken. Und ich denke mal, wir lassen einmal die Getauchten nochmal hochlegen. Mit einem Dreifachbordern in. Hoi, lo! Go! 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 Ich habe gar keine Auto R. Peter, geht nicht, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab auch keine Schärfe mehr. Ich hab's nicht. Hol'n wir ihn anders ran mit Kitte. Hol'n wir ihn anders ran mit Kitte. Ja, soll ich den neuen König holen? Ich hol' den neuen König. Willst du mitkommen? Wir machen das jetzt so richtig V-Log-mäßig. Du kommst jetzt mit und wir hol'n den neuen Jugendkönig. Ich soll ihn holen. Vorher steht das schon. Jetzt echt? Komm mal mit, Christoph. Wir haben hier Ansberg, Ansberg Fernsehen. Komm mal mit, Christoph. Komm, Christoph. Warte, wir kommen gleich. Wir kommen gleich. So, Stefan. Ich, äh... Was auch immer. Komm, geh raus. Nee, nee, nee. Ich bin Männer. Ich will nicht gehen. Jetzt los hier. Aber wieder, geh wieder. Ich weiß nicht. Er ist süß da, wo? Er ist süß da. Ich auch. Wer? Du? Ja, ja, ja. Ich bin gebürtig aus Hüsten. Was ja schon, Anu, für sich wie ne Erbsen. Das ist ganz schwierig. Und dann hat der Humpe mich adoptiert quasi. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Marco. Marco, wünsche den König. Den Jugendkönigsvater. Ich bin mal mit dabei, ja. Hallo. Hallo. Und ihr Jungs. Bisschen näher zusammen. Wie kommen wir zusammen? Der darf doch nicht. 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 So, jetzt hier. Gucken. Gucken. Gucken, gucken, gucken. Der riecht. Der riecht. Der riecht. Der riecht. Der riecht. Einfach nur schön gucken. Nur schön gucken. Warte, 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 warte. Wo soll ich das Gesicht gucken? Zu Dieter, warte. Er macht das. Er macht den ganzen Scheiß. Du kannst dir die Bilder nachher alle angucken. Das ist unser Hobbyfotograf, Dieter Meht. Oh, 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 oh. Auf, ab, hier. Die Königin aus dem Auto. Ich hab's alles verkürzt. Keine Ahnung. Ich hab alles drauf. Ich hab alles drauf. Schieße. Moment. Wir bleiben sein. Kalli. Wer? Wir haben noch ein bisschen Bonusmaterial auf. Wer? Dieter. Dieter Meht. Willst du den kommenden Jägerkönig schon drauf haben? So, genau. So ist das. So. Und jetzt? Ja, genau. La, 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 la. Der kommende Jägerkönig im Profil. Ey, du hast Falten. Das geht gar nicht. So. Das ist eine Blinze. Kennt ihr den? Da ist er, da ist er, da ist er. Kennt ihr den? So. Ja. Bitte, bitte. Bitte. Hier. Darf ich Ihnen mal eben die Eichel? Ja. So. Jetzt los hier. Wir denken an Thomas Buchmann. Den Ritter unter dem, äh... So. Das kommt jetzt hinterher. So. 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 Und... Grazie mille. Und damit ein dreifaches Hochredo, liebe Arnsberger und Arnsberger, ich bin's wieder euer Daniel. Michael. Herzlich willkommen zu Arnsberg Fernsehen und Tour Schützenfest Folge 11. Nachdem ich zuletzt in Mufrika war, befinde ich mich hier beim Jägerverein näher. Hinter uns der Schafott, das heißt, beziehungsweise der Pranger, wo ich eben getauft worden bin. Und natürlich muss ich mich dementsprechend heute mal anpassen mit Jägermütze. So. Und nehmen wir schön einmal die ganze Belegschaft. Das ist einmal zu meiner Linken, das ist Udo Blume, der stellvertretende Oberst Hochredo. Hochredo. Dann, ähm, Klaus Humpe, der erste Vorsitzende und Oberst vom Jägerverein Hochredo. Ja, wir haben es bald. Hochredo! Hochredo! Ja, so ist das schon mal bei Live-Reportagen, wenn man sich die Fragen nicht aufgeschrieben hat. So, dann Peter Klein, der amtierende Jägerkönig, Hochredo. Hochredo! Und der frisch gekürte Jungjäger, das ist Jungkönig, das ist Christoph Klör. Hochredo! 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 So, wir haben uns hier bei Schönwetter heute versammelt. Einmal natürlich das, ähm, Sternschießen. Der Stern ist natürlich, ähm, was ist denn? Wir dachten, das wäre ein Elektroschocker und gar kein Mikro. Nein, das ist ein Aufnahmegerät. So, und, ähm, ja, so ist das, bleibt alles drin, haben wir aber schön zu lachen. Ja, genau, genau. So, ähm, ja, wie gesagt, den neuen Jungjägerkönig haben wir jetzt, ja, bitte, äh, ja, äh, den, den haben wir jetzt gerade, außer Kopf, äh, auch sehr schön. Ähm, ja, Kameramann ist heute. Kai Kanyo. Jetzt, ein Attent. Okay. Und die Jungkönigin. Hallo. So, zum König, alles gut. Und wer bist du? Wie bitte? Dein Name? Aileen. Aileen. Hochredo. Ähm, ja, äh, wie gesagt, das, äh, Sternschießen für den neuen, Jungjägerkönig ist gerade eben bändet worden. Die Taufe haben wir auch gut überstanden, beziehungsweise ich hab's auch gut überstanden. Äh, die Urkunde bekomme ich dann nächste Woche noch und die roten Socken. Ähm, ja, nächste Woche ist es eigentlich schon soweit. Ein bisschen auf? Nein. Ich bin, äh, ganz cool, weil ich weiß, dass wir das Jägerfest auch in diesem Jahr wieder zu einer der größten, äh, Erfolge, äh, im Bereich des Stadtfestes näher machen werden. Also es wird eine sensationelle Veranstaltung. Ja, es ist ja immer zwei Jahre, es ist ja immer zwei Jahre. Vor zwei Jahren hast du den Stern abgeschossen. Äh, was ging in dir vor und wie hast du das Jägerfest zwei Tage vorher erlebt, Peter? Das Jägerfest zwei Tage vorher habe ich genauso erlebt wie, äh, 34 Jägerfeste vorher auch. Also, ich nehme immer jeden Tag mit und, ähm, als der Stern runtergefallen ist, ja, das wollte ich ja. Also fand ich es geil, klar. Und natürlich habt ihr auch teilgenommen an unserem ersten Stadtschützenfest. Das war super organisiert, alles gut. Ähm, unser Stadtjugendkönig, den wir ja aus dem Jägerverein gemacht haben, ähm, der ist leider jetzt bei diesem Interview nicht dabei, aber, ähm, ich fand das Stadtschützenfest einfach spitze. Das hat gut funktioniert und hat Spaß gemacht, sich mal mit den anderen Vereinen zu treffen. Was durftest du mit deiner Königin in den zwei Jahren alles erleben? Und was war das Schönste? Also alles aufzuzählen, was, was ich erleben durfte, würde jetzt, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen. Ähm, eins der Highlights Das war mit Sicherheit die Warsteiner Mongolfiade, die war echt toll. Ähm, ansonsten, jedes einzelne Gastfest hatte seine, äh, seine Highlights, wo man einfach alles... Ich kann das nur jedem empfehlen, wenn man mal Jägerkönig werden kann, das auch zu machen. Gelb ist für die zweite Kompanie. Ja, das ist richtig, genau. Aber, eigentlich ist der König der Kompanie los. Ach so, okay. Ähm, ja. Kann der Italiener hinter der Kamera mal das schäbige Grinsen aufhören, das wär total nett. Das wird jetzt alles gerade so gesündet? Ja, das kann ich mir leben. Ähm, ähm, noch zum Abschluss Grüße? Ja, äh, ich brauch da keine Grüße machen. Ich finde einfach schön, äh, im Jägerverein zu sein und dass jeder, jeder, der dabei ist, ähm, ist immer herzlich willkommen. Ähm, wir, wir freuen uns einfach über jeden, der mitmacht und ich freue mich auf vier tolle Tage von Freitag bis Montag, äh, auf dem Jägerfest. Und, wir reißen das Zelt Sonntagsabends einfach mal tierisch ab. Ja, äh, kurze Frage noch. Wann kamst du hier rein? Ähm, in meinem dritten Lebenstag, äh, bin ich Mitglied im Jägerverein geworden. Und dann in den Pranger bin ich gekommen, als ich 18 war und dann, ähm, offiziell in der Coppa Nibe laufen durfte. Aber ich hab von meinem vierten Lebensjahr bis jetzt kein einziges Jägerfest oder Schützenfest verpasst. Danke, jetzt tauschen wir mal einmal, wenn der neue, junge Jägerkönig kommt, ja. Ähm, du hast vor zwei Stunden, kann man gut sagen, eben den Stern aus dem Kasten geholt. Was ging Ihnen denn vor? Also, erst mal hab ich's so geil mitbekommen, äh, hab mich dann nachher dann gewundert, wirklich, dass der Stern gefallen ist und alle auf mich zukamen. Und, äh, ja. Und, freut ihr euch schon nächste Woche, ja, oder? Ja, schon, natürlich. Macht natürlich jedes Jahr wieder Spaß und mal gucken, wie es als König wird. Und du bist wie alt? Viert, ja, 15. 15. Kompanie? Young Kompanie. Die ist extra? Ja, ja, klar. Ähm, wir haben gerade die Kameramänner am Spielen, ähm, so, okay, ähm, natürlich noch Grüße noch, ähm, an eure Freunde. Ähm, natürlich, äh, hoffe ich auf ein schönes Jahr und, ähm, ich hoffe, es genießen alle und, jo. Ähm, wir haben ja eben noch gehört aus der Familienchronik, dass auch einige Jägerkönig waren. Ist das richtig? Äh, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, aber es gibt schon viele Personen, die in unserer Familie sehr wichtig waren, hier im Seebefahren. Okay. Was bedeutet das jetzt für dich, äh, jung Jägerkönig zu sein? Äh, natürlich erst mal, äh, mit einem gemeinsames Fest genießen und, ähm, natürlich auch so ein paar Späße zu machen, vielleicht mit anderen Vereinen. Das machen wir immer wieder gerne. Und, ja. Ja. Wann kamst du hier rein? Ich kam noch gar nicht da rein, das ist nämlich erst, äh, wenn man 18 ist, glaub ich zumindest. Ähm, weil nämlich, ähm, da ein Bier über den Kopf geschüttet wird, unter anderem. Ähm, und, natürlich mit ganz viel Wasser, wenn man das hier mal sehen kann. Ja, ja, okay. Ähm, ja, wie, ja, ähm, und für dich, was bedeutet das jetzt für dich, jung Jäger, ähm, also Königin zu sein? Ja, ja, auf jeden Fall muss ich immer dahinter stehen und immer bei allen Sachen dabei sein. Und ich freue mich auch, aber am Anfang konnte ich es gar nicht glauben so richtig. Auch schon mal außer Familie, Familie, jemand, äh, hat auch jemand schon mal die Königswürde erhoben? Ne. Da bist du jetzt hier erst. Ja, genau. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. So, und, ja, ähm, ja, okay, so, und natürlich, da vorne ist die Kamera, das Abschlussplädoyer des Tages, ich sag mal für nächste Woche. Das Abschlussplädoyer, wir sind, äh, äh, also, das Abschlussplädoyer, liebe Nehammer, lieber Arnswerger, kommt aufs Jägerfest und, ähm, verbringt vier schöne Tage bei uns, freitags bis montags, es, äh, wird ein grandioses Fest, das kann ich versprechen. Wir freuen uns über jeden, der kommt, oder? Auf jeden Fall. Äh, wir feiern ja das größte Volksfest hier im Stadtbereich von Neheim. Der Jägerverein mit seinen 1.750 Mitgliedern, äh, möchte natürlich für alle Bewohner ein wunderbares Fest ausrichten und startet am Freitag mit dem Bayerischen Abend. Und, äh, wir sind also sehr, sehr, äh, frohen Mutes, dass wir für, wieder wir vier Tage hier ein Volksfest für alle Neheimer und Arnswerger Bürger abhalten werden. Ja. Genau. Okay, so. So, ich danke euch beiden. Ja, vielen Dank. Und wir lassen mit einem dreifachen Horedo, so sagt man das hier beim Jägerverein, den Jägerverein damit hochleben und geben damit auch gleichzeitig zurück ins Studio. Bei drei. Auf den Jägerverein ein dreifach donnerndes Horedo. 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 sechs jahre sechs jahre wie viele Teuflinge habt ihr in der letzten Zeit so grob gehabt 100 120 ja wir sehen ja auch ihr habt ja fliegen die Zylinder und die Kellen sind jetzt im Freeseckenhof eingeschlossen wie kam es zur Kleiderordnung zur Kleiderwahl ja zur Kleiderwahl kam das ganz einfach dass wir das Amt übernommen haben von unseren Vorgänger dass wir eine andere Vorstellung hatten die Jägertaufe zu vollziehen und haben uns überlegt einfach mal Frack und Zylinder anzuziehen und das ein bisschen aufzufrischen nächste Woche geht schon los schon aufgeregt ein wenig auch nein kann ich nicht sagen wir haben Durst ja dann noch zum Abschluss ja sag ich auch nochmal danke für die Taufe heute vor gefühlten drei Stunden wir haben schon halb acht und natürlich noch ich gebe euch jetzt mal das Aufnahmegerät davon ist die Kamera Grüße an alle die das jetzt sehen können ja ich grüße alle Jäger und Nähheimer und alle Bekannten ja ich begrüße und freue mich auf das Jägerfest mit allen Freunden und Bekannten zu feiern und wir lassen auch nochmal alle Beteiligten des heutigen Nachmittags und den Jägerverein mit einem dreifachen Horedo, so sagt man das hier, Hochleben bei drei auf den Jägerverein auf den Jägerverein ein dreifach kräftiges Horedo und damit zurück ins Studio Tschüss, winken und Schnitt und Applaus auf den Jägeraretät und Schnitt und Holocaust hier und hier Untertitelung des ZDF, 2020